ja hallo meine freunde recht herzlich willkommen zum heutigen video ich versuche mich mal an schnäppchen und vorbesteller tipps wie es so manch anderer youtube kollege macht ich möchte mich dabei aber ganz kanaltreu auf retro titel beschränken also filmer die ich persönlich so bis 1999 ausgesucht habe und wir beginnen das video damit noch ein bisschen was zu reden haben mit der aktuellen amazon aktion 10 blu rays für 50 euro die könnt ihr jetzt noch diese woche bis zum zweiten mai in anspruch nehmen und ich habe jetzt mal wie gesagt alles angeklickt bis zum jahr 1999 und da gucken wir jetzt gerade mal durch das sind viele interessante titel dabei auf jeden fall aber man muss natürlich auch ehrlich sagen wenn man schon dauerhaft filme sammelt und eine große filmsammlung hat dürfte man die meisten filme davon wahrscheinlich schon in der filmsammlung haben für alle anderen bietet sich hier die große möglichkeit an superfilme zu für fünf euro pro blu ray zu bekommen wir sehen hier auch direkt in der ersten reihe das boot directors card highlander natürlich das fünfte element und konvoi weiter geht mit dem schakal mit bruce willis dirty dancing natürlich schnappt shorty und der film das relikt dann für ein paar dollar mehr die durch die hölle gehen bang boom bang conan der barbar comedian harmonist christiane f wir kinder vom bahnhof zu kein paar dor und virus virus je nachdem wie man es nennt den kenne ich übrigens noch nicht muss ich gestehen dann haben wir klassiker wie halloween die nacht des grauens aber auch filme video gegen den rest der welt der weg nach westen und mondsüchtig sagen mir ehrlich gesagt nichts die filme falls euch was sagen sollte haut mal in die kommentare dann wird es ein bisschen älter mit african queen laureate mephisto und highlander 3 gibt es auch noch mal als mray hier natürlich noch sie nannten ihn mücke habe ich natürlich schon im regal stehen gatorade habe ich auch schon im regal glaube ich moon 44 habe ich auch im regal und french kiss mit calvin klein auch den film ein richter sieht rot habe ich bei mir im regal stehen auch ein gilbert great steht bei mir im regal jagdsehen aus niederbayern im media book vielleicht für die media book sammler interessant und sonnenallee den kenne ich noch früher aus der schule den der mutter gern mal gezeigt außerdem haben wir hier wie spricht man das aus sagt mir nichts kairano von bergerack zwei missionare in der die neue oder die alte version in der alten fassung also in der alten erstauflage dann haben wir die sieger direkt das card laurie und ödiposi miss daisy und ihr chauffeur mein name ist nobody revolution revolution muss man eher sagen und immer lockt das weib classic selection die katze barfly bullets over portray halloween 4 michael meyers kehrt zurück umkürzte fassung nicht vergessen der film ist ja ab 16 jetzt wiedersehen in hovard's end gar korn halloween 5 die rache des michael meyers zeit der wölfe drei männer im schnee für eine handvoll dollar playing gott ruf aus der hölle des teufels advokat hard rain the sweeper der bulle von paris predigen ein mann aus stahl john rain nicht der ist pervers sondern die situation muss immer aufpassen was man auf facebook auf youtube hier erwähnt fedora der letzte kampf original mit untertitel und nobody ist der größte haben wir noch was auf seite zwei schauen wir mal seite zwei hammer don johani johi roland aus der roland emmerich kollektion den habe ich auch der bulle und darf mein bild der bulle der gefangene von alcatraz bine mayer spielfilm ich weiß nicht warum der bine mayer spielfilm da angezeigt wird in diesen jahrzehnten weil das ist eindeutig müsste das eigentlich eine neue version sein aber ich habe es noch nicht gesehen ist das hat es einer schon mal geholt hier der kinder hat bine mayer der spielfilm auf blu-ray das müsste doch was neues sein oder phantomas gegen interpool showgirls flucht nach athena dann haben wir hier noch der swimming pool bart spencer sie nannten ihn blattfuß marlina phantomas noch mal der flieger ride with a devil finding graceland unterwegs mit elvis der richter und sein henker jenseits der stille gun in 60 seconds das original müsste das sein im westen nichts neues wer spinnt denn daher doctor und zu guter letzt eric der wikinger und peterschen mondfahrt das sind jetzt natürlich nur die retro titel ihr seht sie auch am rand die ich angeklickt habe es fehlen natürlich alle filme noch von 2000 bis jetzt ich persönlich habe zugeschlagen in der aktion ich habe ja so mit gutem auge zu drücken zehn titel noch gefunden ich hatte mit großzügigen in dem einkaufswagen legen hatte ich 14 15 titel gehabt da musste ich mich dann natürlich noch von ein paar filmen trennen aber auch ich habe hier mal wieder seit langer zeit bei so einer blu-ray aktion zugeschlagen um mir noch einige titel zu sichern wenn das ganze angekommen ist werdet ihr es natürlich erfahren kommen wir jetzt weiter zu den vorbesteller tipps die habt ihr wahrscheinlich schon bei dem ein oder anderen gesehen vielleicht aber auch nicht das weiß ich nicht deswegen nehme ich jetzt mal mit hier ins video rein ich mache hier erst mal die seite auf so eine kleine übersicht gut das ist mein bild da wieder im weg wo man das mal hier ein bisschen kleiner mein bild so haben mich ein bisschen kleiner wir haben hier als erstes mal das manhunter media book was demnächst erscheint da gibt es zwei cover varianten soweit ich weiß dann gibt es von frankensteins rache an limitiertes media book das gibt es auch in diversen cover varianten daylight habe ich hier drin da kommen wir gleich noch dazu hier unten vielleicht interessant noch dass amity will teil 456 und 74 disk media book für fans der filmreihe durchaus interessant ebenso der aus dem jahr 86 ist der glaube ich alien predators meter book limitiert auf 111 stück auch hier gibt es zwei drei cover varianten für alle die keine media books brauchen gibt's creators from the abyss jetzt auch als mray demnächst und wie gesagt thema daylight hatte ich geguckt ob es das bei amazon gibt aber nein ist jetzt hier bei turbine medien auf der webseite beziehungsweise im shop vorbestellbar für 24 95 den film gibt es ja schon als mray auf blu-ray der hier soll allerdings gemischt sein keine ahnung was ist das jetzt der ton der gemischt ist oder ist auch das bild gemischt ich habe kann es euch nicht sagen neues hd masters des films remaster des films würde ich ja ein besseres bild erwarten ebenfalls bei turbine media gibt es dann auch tracken hört demnächst als media book zumindest den ersten teil auch das hier soll wieder gemastert sein ebenfalls mit dolby atmos und auro bei müller gibt es dann noch ein zweites artwork von tracken hört das sieht dann hier so aus das finde ich persönlich eigentlich besser aber es ist ja kann jeder sehen wie er will ich würde mir vielleicht sogar eher das von müller holen ich kann aber ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen wie der film war film erinnere ich mich 0,0 daher keine ahnung ob der film den weg in die sammlung finden wird dann noch zum abschluss zwei sachen zum anderen wird ja hier noch von leon kommt ja wieder mal eine büste raus hersteller astro records und filmworks das sind es hier bei prez media auf der seite die edition gibt es aber auch noch in diversen anderen shops vorzubestellen für immerhin einen happigen preis von 160 euro knapp enthalten ist hier was haben wir ja auch die büste ein 6 6 disc media book inklusive soundtrack cd ein t-shirt und ein poster muss man jetzt selber wissen ob einem das zusagt oder nicht und als letztes habe ich hier noch das buch der schatten und zwar habe ich was gelesen das demnächst moment das mal runter dass demnächst auch hier in deutschland ein buch der schatten erscheinen könnte zu der serie scham denn sie ist die komplette serie drin was ihr hier seht ist allerdings eine importversion komplett mit deutschem ton könnte die integral könnte glaube ich französisch sein das ist schon lange auf dem markt das sieht dann so aus kann man aufklappen mit texten bild die dissen hier reingeschoben ist natürlich wieder für viele logo ich persönlich habe jetzt nicht so die probleme damit so langs blu-rays sind bei dvds muss man immer ein bisschen aufpassen ich weiß nicht ob dieses book of shadows tatsächlich noch erscheint dann bei uns und wenn ja ob das identisch ist oder ob sowas neues machen aber falls ihr euch für die serie interessiert könnt ihr das schon mal auf dem schirm behalten und wenn es da was genaues dazu geben sollte werde ich da natürlich denke ich mal auch noch mal was dazu machen schamt allerdings eine serie die ich wirklich nie verfolgt habe im fernsehen das war so ein bisschen außerhalb meines gebietes ja demnach sind wir hier fertig mit dem kurzen video ich hoffe es hat euch ein bisschen ja kurzfristige kurzfristig nein kurzweilig unterhalten und ja könnt ihr mal in die kommentare schreiben ob ich sowas öfter mal machen soll das retro thema gibt natürlich nicht jetzt unbedingt wochenweise sowas her wie die anderen vorbesteller oder schnäppchen und so weiter ich will jetzt aber auch keinem kollegen irgendwie im format klauen oder kopieren dementsprechend sind wir jetzt hier durch und ich wünsche euch noch einen schönen tag macht's gut